äh, dann geht's hier hoch jetzt auf los geht's los guck mal, da siehst du schon wieder auf der Karte die nächsten äh, Zeichen davon, dass hier ein hallo ah, ich häng fest jetzt nicht mehr okay, das ist ein Wurm hallo Wurm da ist unser erstes Würfelteilchen unser zweites äh, uh Gott sei Dank geht mir hier nicht sofort auf unser drittes und hier geht's weiter unser viertes unser 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 fünf Tiss nein, oh shit boah, hab ich da wieder ein Glück gehabt, ne? hehehehe oh nein, oh nein, oh nein, oh shit hehehe, oh nein boah cool hab's schon wieder geschaut, das war aber cool, das war irgendwie ein bisschen einfacher so oh eigentlich wollte ich noch wissen, was da oben ist, aber da können wir wohl nicht hin boah boah sieh dir diesen Ort an, das scheint ziemlich wichtig zu sein, hm? komm, wir sehen uns mal genauer um, ja? oh nein, noch eine Tour, das kann doch nicht wahr sein, kommst nicht rein ich sagte dir ja, dass es viel Türen geben würde, hierfür wären vier Wüffel, hierfür acht und hierfür sechzehn, what the fuck, dieses Ort scheint an ziemlich wichtige Türen, also da abzusein ob was, weiß denn ich, ich bin nur ein Würfel, ich bin nur ein dumm, dumm also los, finde Würfel, du Idiot, ey du Affe, du Opfer, finde Würfel ja, wir haben zwei, das ist schon schön, wir können hier auch mal zwei eintragen, schon mal hier haben wir auch schon mal zwei so, egal wir gehen jetzt weiter, wir gehen jetzt hier nämlich hoch, zack, zack und zack und, äh, dann können wir das hier machen oh, und noch etwas mit Islaun kannst du das Inventar aufrufen Inventar findest du alles abgelegt, was du unterwegs findest okay, jetzt bin ich fertig, versprochen na, ist eine Lüge äh das hier das hier und wir haben hier schon wieder eine Tür ist es nicht das, wo wir gekommen sind nein ganz viele Würfel sich da ganz viele türen ganz viele würfel ganz viel shit wir müssen einfach nur würfel finden hier hoch da habe ich ein würfel gesehen ich weiß auch schon wie wir hinkommen wir gehen hier so lang ein würfel hier haben wir hierhin hier runter suchen jetzt hier den würfel nein 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 ich will sterben ich will runter gehen damit guck mal cool ich bin weil ich springen kann voll krass nein das war scheiße so ist hier lang hallo oh mein gott so viele welten ich glaube wir bleiben erstmal da das machen wir später weil ich möchte erstmal so eins für eins klären was gibt es hier wo geht es hier lang guck mal das ding da fliegt schon wieder irgendwo hin wo es gar nicht hinfliegen soll obwohl hier haben wir schon alles nur aber da oben ist auch was b sieg nur ein zeitreise tor aber dies funktioniert auch nicht nur muss zuerst weitere tue finden dann dann werden sie sich miteinander verbinden und dann und und dann dann passiert alles aber das funktioniert jetzt sind wir im baum ja machen wir mal hier weiter hallo ich bin der neue bewohner ich bin ich bin der typ der sich mit euren omas anlegt später oh nein 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 oh fuck so ne sch okay Das war dumm, warte, nein, 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 egal So, und so Dann gehen wir hier hoch Hier lang Das war doof Das ist jetzt irgendwie Shit Cool Nice Gehen wir noch ein bisschen in den Baum rein, noch weiter, gehen wir ganz tief Oh Gott, wie groß ist denn dieser Baum, ey, wer hat sich denn so Äh, was ist die Hölle Okay Krasse Scheiße Ah, okay Nein Ja, so war das nicht geplant So auch nicht Äh Ja, Leute, kein Plan Wie ich dann nach oben kommen soll Um ehrlich zu sein Ah, okay, doch, 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 weiß ich, weiß ich, weiß ich Nein, du hast du aber nicht geplant durch War cool, wir haben Zeit gewechselt So, also wenn wir hier, aus anderer Perspektive, können wir nämlich da hin Oh, guck mal, so Boss So Boss Hallo Was ist das? B Punkt, Punkt Ich frage mich, was das ist Was sieht so cool aus, weißt du? Das muss es sein, ey, das muss es sein Oh shit Äh Äh, hallo Kommen wir zu Besuch, Daddys hier Ah, hier ist die Tür Und wehe, schon wieder eine komplett andere Welt Ich will da nur ins Haus Ach, das ist doch scheiße Was ist denn so ein Kack ausgedacht hier, ey? Scheiß Haus Was? Oh mein Gott, es regnet und es ist nass Und ich möchte hier weg Oh, Mama Mia Nein, nicht hier die Tür Nein Nein Ich wollte noch nicht gehen Was solle Ich will wieder nach Hause Oh mein Gott Eine Schnecke Und ganz viele Würfel Oh nein, ey Ich will wieder weg Nein, ich will hier noch nicht hin Zurück Kannst gleich wieder einpacken, ey Kommt gar nicht in die Tüte Ich will ganz weit zurück Ich will wieder zum Leuchtturm und überall hin Wenn diese Sequenzen jetzt jedes Mal kommen Wenn ich hier Hier will ich noch überhaupt nicht hin Ja, ich weiß, dass das jetzt auch da rauskommt Ist mir schon klar Ja, okay, dann lass uns das jetzt Lass uns das doch machen Ja, wenn alle das so gerne haben wollen Hier, dann machen wir das Aber müssen wir nachher wieder noch zurück Weil wir sind schon wieder vollkommen hier Wenn wir uns Back angucken Wir sind wieder vollkommen Obwohl ich jetzt noch drei Ausgänge, ne? Noch drei Oh Gott, ey, guck mal Hier wollten wir gar nicht hin, ey Wir sind von da unten gekommen Und jetzt guck mal, wo wir sind, ey Egal Weiter geht das Gehen wir hier hoch Los geht das Nein Du sollst da drauf springen Boah, nicht so laut, ey Ich muss das nachher alles wieder rausschneiden Oh Gott B, W, G, W, G Na, komplett andere Welt Oh, nee Das sind immer Teil Das, wo wir jetzt sind Das ist jetzt eine komplett andere Welt Das andere sind immer wieder Teilwelten, glaube ich Gehen wir wieder zurück Gehen wir wieder zurück Weil da hier sind ja noch überall Dinger Diese Dinger hier zum Beispiel So, hier Oh Gott Okay Krass Okay In jedem Level findet man einen Würfel Hat er doch gesagt, ne? Okay, wie komme ich jetzt hier hoch? Warte mal Guck mal, das blitzt Sieht man immer so Äh Warte Ha, ich wusste es Nicht schlecht gemacht Nicht schlecht gemacht Warte Ist hier noch was? Ne, geht es abwärts Das heißt Warte Alles klar Äh Ist schon wieder so ein Zeitreisetor, ne? Fuck, ey Wie komme ich da hin? Mal gucken, was hier ist Nein, 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 nein Oh Gott, was habe ich jetzt schon wieder gemacht Ich bin jetzt schon wieder Ich bin gleich mit der Story komplett durch Weil ich alles geskippt habe Nein Ich will zurück Ah, nice Und ich will wieder zurück Genau Ah, ich sollte aufhören damit Äh, irgendwo durchzugehen Wo es Alles schön aussieht Oh, guck mal hier Oh, nee Dann sehe ich schon Die kommen dann da hinten hin Das ist, äh, nee Das könnt ihr euch ganz schön aus den Haaren schmieren Nein Nein Boah, nee, ey Irgendwo ist auch mal Schluss mit lustig Oh mein Gott Ich habe einen Würfel komplett Dann habe ich schon wieder was für den nächsten Ah, da oben ist noch einer Nein, 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 nein Fuck Hier wollte ich hin Wolle ich hier nach oben Und dann wollte ich wieder die, äh Die hier nehmen Und dann wollte ich hier hin Nein Das gibt's doch nicht Ah, guck mal Ah, man hätte auch so abkürzen können Okay Boah, krass Ah, warte Ah, okay Und hier noch wieder So, und hier auf Alles klar Langsam kriegt man noch Den, hat man auch den, die raus dann Muss man noch kurz gucken Äh, wo hier die ganzen Ha Das wiederum ist jetzt natürlich shit Ah, komm Ah, okay, nice Tada Jetzt kriege ich noch ein Blitzschlag Das wäre geil So, whatever Wir gehen jetzt hier, äh Durch die Tür Jetzt, jetzt können wir's ja machen Jetzt, jetzt können wir's machen Man muss schon wirklich sagen, also spielen, ne Ich bin schon voll drin hier Also es macht schon voll richtig Spaß Ähm, richtig super, ey Auch die Spielzeit, wenn ich mir angucke, was man hier noch alles machen muss Und so Und wir haben noch nicht mal die neuen Türen freigeschaltet Äh, das ist schon echt krank Wow Das ist böse, Junge Das ist böse Das ist böse, Mann Aber wer muss man das hier benutzen Hallo Äh Wie komm ich, wie komm ich da hoch Oh, da rufs Geist drauf, ne Warte mal Oder eben war der zumindest noch da Da Nur wenn's blitzt Böffet ist auch schon die ganze Zeit da gewesen Keine Ahnung Wo kann ich denn jetzt Ah, ich kann hier rauf Äh, und sonst Ah, warte mal Ja, ja, natürlich Hier rauf Entsprung Zack Hier ist der Geist irgendwo Äh So Und das war's, oder was Wir müssen den Geist mal kurz bewegen Hallo, warte mal Leben nach dem Tod Weltraum After Space Outer Life Nice Wir haben mit dem Geist gesprochen Weil wir cool sind Äh, ja Deswegen gehen wir jetzt ja auch wieder raus Oh mein Gott B Was Hier ist schon was mit B Ah, hier Die Grabestätte scheinen Drehbar zu sein Vielleicht kann man sie mit X greifen Und dann mit Äh Drehen Das ist eine rein wissenschaftliche Vermutung What X Was soll ich nehmen What the fuck Man kann die greifen Und dann Ah, jetzt Jetzt gibt's aus dem Maul, ne Weiß Bescheid Ich möchte dich nämlich gerne greifen Aber das gibt keinen Sinn Warum sollte man das Warum sollte ich das Äh Ich kann auch so drehen Ach, außer ich möchte die alle in eine Richtung ausrichten Natürlich Natürlich Nein, du sollst den greifen jetzt Ja, mit X natürlich Äh, wir nehmen am besten nicht die Richtung Sondern Nein Äh Die, wenn die vorne ist Und, äh Drehen das dann in Die Richtung Dann nehmen wir jetzt den Und Drehen Den In Äh Scheiße Hallo, einmal wieder nach vorne Einmal Nach vorne Danke Und einmal so bitte Yep Hört auch vielleicht irgendwas an der Musik Wenn man genau hinhört Äh, wie sind wir jetzt da nochmal hochgekommen? Durch irgendeine Stufe, ne? Oh nein Oh nein, egal Vollkommen egal Hier hoch Hier hoch Da oben ist die Stufe Ich seh sie Nein, fail Ja, ja, ja Aber cool, dass ich jetzt hier noch was rausgefunden habe Und ich hoffe, dass das aufgeht, was ich mir jetzt denke, ne? Das mit dem Das klingt auch ziemlich gut, muss ich wirklich sagen Jetzt Irgendwas ist passiert Ah, guck mal Sieh mir einer an Krass, ne? Wow, ein Überwürfel Natürlich Zack Wie geil ist das denn, ey? Ist das schon ein kompletter Würfel, oder was? Du hast einen ersten Anti- Oh, Anti-Würfel Das sagt krass Wir holen Weil drinnen Würfel gibt es auch einen Anti-Würfel Jeder Jeder positive Würfel hat auch ein negatives Gegenstück, weißt du? Anti-Würfel sind viel schwieriger zu finden als normale Du hast vier Würfel gefunden Jetzt kannst du die Tür öffnen, die wir vorhin gesehen haben Du weißt schon, die Tür direkt vor deinem Dorf Nein Oh, sieh nur Ein kleines Tor Äh, das hatten wir schon Egal Ja, 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 ja Da gehen wir jetzt aber rein Erstmal Und wir sind weg Da vorn Cool Guck mal, jetzt die Musik weg Und wenn man immer, wenn man dieses Zeitreise-Tor sieht Oder so ähnlich Naja, ist auch egal Äh, wo wollten wir nochmal hin? Naja, wir wollten durch so eine andere Tür hier durch, ne? So Und zuck Nein Und hobbel der Hopps rein da Genau dahin wollen wir Da oben ist nämlich eine Schatztor für einen weiteren Schlüssel Oha Und hier sind wieder einige Würfel Zack Einige Türen Ja, ja, die sind mir jetzt aber gerade egal Und hier sehe ich schon wieder so eine Menge Treppen Und hier war auch so Oh, hier war schon ein Schlüssel Den müssen wir gleich mal Und gehen einfach mal rein Oh, nee, crazy, ne? Das müssen wir jetzt nicht wirklich alles Oh, nein Ah, okay, warte, ich hab ne Idee Natürlich Äh, wir arbeiten jetzt einfach von Stockwärts zu stockwärts durch Okay, das ist krass Wir gehen einfach immer eine Tür Weiter Okay, zweite von rechts Also sagen wir 3, 1 3, 1, 4, 5 Oh, egal, kann ich mir nicht mehr Wir gehen einfach immer eine Tür Oh, shit, ey Wie soll man denn hier die richtige Tür finden? Okay Vielleicht gehe ich einfach mal ganz weit nach unten jetzt Wie finden wir dann irgendwas? Wenn wir hier raus sind, denke ich, glaube ich, wahr Machen wir auch immer eine kurze Pause Oder wir machen dann hier Schluss an der Stelle Wir sind nämlich schon wieder fast bei einer Stunde Ah, das war sie nicht Ne, das auch nicht Ne, ich glaube, das macht jetzt hier keinen Sinn Noch weiter hier einfach random durch irgendwelche Türen zu laufen Dadurch lösen wir das Rätsel auch nicht Jetzt einfach immer in die dritte vom zweiten Ja, oder halt nicht in die dritte vom zweiten Dann gehen wir hier in die zweiten vom dritten Und dann kommen wir von der dritten vom zweiten raus Oh, krass, ey Das ist schon wieder so viel Brainfuck Leute, dann kommen wir durch eine... Das ist immer mal random Ich gehe einfach mal jetzt immer durch die gleiche Tür Und irgendwann sind wir dann... Irgendwann sind wir dann am Ziel Hoffentlich 4-2 Minuten oder einer Weiß ich es nicht Okay, ähm Ich glaube, wir machen dann hier mal Schluss Wir können ja mal gucken Kurz kommen auf der Weltkarte Wo wir schon überall sind, hier Gewesen waren Auszoomen Auszoomen ganz weit Oh, krass, ne In so einer kurzen Zeit So weit Auf jeden Fall super Spiel Kostet auch nicht so viel Und fetzt, ja Das war's Bis zum nächsten Mal Zum nächsten Netztest Bis dann Ciao